Willkommen zurück, danke fürs Einschalten. Wieder ein weiterer Codex-Eintrag hier in Throne and Liberty und zwar an die Studenten, die vor der Abschlussprüfung stehen. Das ist nur ein einziger Zettel, aber der hat es auch ganz schön in sich. Wir reisen an diesen Wegpunkt hier, Wegpunkt des Rheinlichthügels, genau unterhalb vom Rheinlichtturm südlich. Wenn ihr hier angekommen seid, geht ihr hier runter Richtung Wasser. Dann seht ihr hier so ein riesengroßes Storthor. Ach, das ist... Man müsste hier auf dieser Hand landen von dieser Storthor, so etwas tricky. So, Versuch Nummer 2, wir stehen am Hinterkopf, wir springen hier rechts vorbei und dann gleich nach unten auf die Hand. Und hier ist der Zettel. Ja, verrückt, verrückt, wer denn immer hier hinlegt. Nochmal auf der Karte genau zeigen. Das war's, danke fürs Zusehen, lass gerne ein Abo da. Tschüss nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.